Erich Fried, an dich denken, an dich denken und unglücklich sein, wieso? Denken können ist doch kein Unglück und denken können an dich, an dich wie du bist, an dich wie du dich bewegst, an deine Stimme, an deine Augen, an dich wie es dich gibt. Wo bleibt dafür wirkliches Unglück, wie ich es kenne und wie es mich kenne, noch der Raum oder die Gänge? Oder die Gänge? Das war er. urel